Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut, ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr knapp unter 29.000 US-Dollar. Es sieht nicht gut aus, wir haben aber auch momentan weiterhin wenig Bewegung im Markt. Ansonsten würde ich sagen, starten wir sofort durch. Lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, klickt auch auf die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt und verpasst keine neuen Videos mehr. Ja, wie gesagt, momentan traden wir bei ungefähr 29.000 US-Dollar. Also wir haben die 29.000 US-Dollar erst einmal durchbrochen, hatten heute Nacht einen kleinen Bounce in dieser 4-Stunden-Demand-Zone. Gute Reaktion gezeigt, leider mit weiterhin viel, viel zu wenig Volumen. Also wir haben die ganze Woche schon das Problem, wir kriegen kein Volumen in dem Markt. Jede Support-Zone wird entweder durchbrochen oder wir sehen halt einen kleinen Bounce, weiterhin aber, wie gesagt, ohne signifikantes Kaufvolumen. Das ist das, was uns momentan eher so nach unten drückt. Also ihr seht, die 4-Stunden-Email-Ribbons sind weiterhin deutlicher Widerstand. Und solange wir hier nicht wirklich drüber kommen und kein signifikant mal höheres Hoch bilden, sind wir weiterhin in einem Downtrend. Also wichtig wäre es auf jeden Fall mal zumindest hier diesen Bereich bei ungefähr 32.600 US-Dollar rauszunehmen, weil wir hier unser letztes signifikantes Hoch hatten. Dann darüber vielleicht nochmal eine Bestätigung, dann hätten wir zumindest kurzfristig erst einmal den Downtrend durchbrochen. Ansonsten steht uns natürlich dann so bei 34.000, 35.000 US-Dollar noch unser Golden Pocket im Weg. Momentan deswegen eher so eine riesige Seitwärtsphase. Seht ihr eigentlich in dieser Range hier. Sollten wir jetzt hier, sag ich mal, diesen Bereich hier bei 28.580 US-Dollar durchbrechen, beziehungsweise 28.500 US-Dollar, wäre es wichtig, dass wir zumindest keinen 4-Stunden-Close da drunter kriegen. Ansonsten könnte es nämlich relativ übel und ziemlich schnell nach unten enden, dass wir hier unten drunter gehen. Wir schließen drunter, bestätigen vielleicht nochmal diese ehemalige Demand, also ehemalige Unterstützungszone als Widerstand. Dann könnten wir wirklich relativ flott hier unten in Richtung 24k gehen, also 24.400 US-Dollar. Und dann hier unten möglicherweise erst einmal einen Boden finden. Aber für mich ist die Struktur weiterhin deutlich abwärts gerichtet. Also es gibt keinen Grund momentan irgendwie bullisch zu sein oder sonstiges. Wir haben weiterhin unseren WIG hier unten, hier unten ist noch eine kleine 15 Minuten Demandzone, also die würde ich erst einmal ignorieren. Ansonsten, dieser WIG hier unten ist weiterhin, zumindest bei Bybit, bei ungefähr 24.800 US-Dollar. Heißt für mich, momentan in irgendwelche Trades reinzugehen, ist wirklich mehr Gambling, beziehungsweise mehr Glücksspiel. Klar, man kann diese Range hier traden, hier oben Short, unten Long, jetzt hier zum Beispiel mit einem engen Stop-Loss bei ungefähr 28.400 US-Dollar. Aber ansonsten haben wir einfach wenig Bewegung im Markt. Die EMA Rhythms ziehen sich zwar hier langsam zusammen, aber sind trotzdem weiterhin signifikanter Widerstand. Wir haben eine deutliche Abwärtsstruktur. Der DXY, also der US-Dollar-Indiz, kann man das so sagen, ich hoffe ja, ist momentan ein bisschen am Rumgambeln. Wir können uns das ja gerne mal angucken, ganz kurz, wenn ich schon darüber spreche, war zwar jetzt eigentlich nicht vorbereitet. Aber trotzdem, wir sehen hier zum ersten Mal eine kleine Reaktion, nachdem wir hier auf 105 gestiegen sind, mittlerweile bei 103. Also wir sehen eine erste kleinere Korrektur. Trotzdem zieht es den Kryptomarkt nicht wirklich nach oben. Also viele haben ja gedacht, okay, sobald wir hier beim Dollar eine deutliche Reaktion nach unten sehen, wird Bitcoin wieder steigen. Aber auch nach so einer, ich sage jetzt mal 1,7% Korrektur, in Anführungszeichen, hat sich beim Bitcoin wirklich nicht viel getan. Also wir können es mal ein bisschen vergleichen. Hier, ihr seht im Endeffekt keine signifikante Änderung. Dann gibt es ja momentan wieder diesen USDT-Fad, weil die Unterlagen nicht veröffentlicht werden sollten, bla bla bla. Also darauf würde ich momentan erstmal nicht eingehen, weil wenn hier wirklich USDT wirklich was falsch laufen würde oder sollte, dann haben wir sowieso andere Gedanken, da müssen wir auch erstmal über einen kompletten Bärenmarkt, vielleicht des Längeren reden. Andererseits, warum nicht einfach in US-Dollar traden? Meine persönliche Meinung, würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet, von diesem ganzen USDT-Fad, könnt es gerne unten in die Kommentare schreiben. Ja, ansonsten, wie gesagt, absolute Sidewärtsphase, solange wir hier diesen Bereich halten, alles gut. Ansonsten könnte uns eine deutliche Abwärtsspirale nach unten richten, mindestens auf 25k, wenn nicht sogar auf 24.300 US-Dollar. Aber RSI gibt uns keine Anzeichen, weder der Daily Chart noch sonst irgendwas gibt uns irgendwelche signifikanten Anzeichen, dass wir hier möglicherweise im Boden haben. Wir könnten jetzt hier einen W interpretieren, würde ich aber ganz ehrlich nicht. Hat nichts mit TA zu tun, das ist dann einfach reines Gambling. Ja, schauen wir uns noch ein bisschen die Altcoins an, die bluten dafür deutlich mehr. Ethereum deutlich wieder unter 2000 US-Dollar, momentan 1927 US-Dollar. Aber auch hier relativ gleiches Spiel wie bei Bitcoin, auch wenn wir hier zum Beispiel unsere Unterstützungszone erst einmal verlassen haben. Das heißt für mich, Bitcoin momentan wieder ein bisschen stärker. Hier haben wir die 4 Stunden Demandzone deutlich nach unten hin verlassen, unsere Supportzone durchbrochen. Somit wird diese hinfällig, ich wollte es jetzt nur mal eben gerade einzeichnen. Was hier vielleicht noch ein bisschen Hoffnung geben könnte, war dieses Falling, Broadening Wedge, wo wir gestern drüber gesprochen haben. Aber wie gesagt, nach so einer Seitwärtsphase und jetzt erst eine Reaktion, ist jetzt auch nicht das wahre vom Ei oder wie man auch immer dazu sagt. Ja, noch ein bisschen neben der Spur. Und ansonsten auch wenig Kaufkraft hier unten. Ihr seht es, überhaupt kein Kaufvolumen hier in dem Markt drin. Solange wir hier einfach die 4 Stunden E-Mail-Ribbons nicht nach oben hindurchbrechen, ist auch hier weiterhin die Struktur abwärts gerichtet. Und der WIG bei ungefähr 1700 US-Dollar könnte gefüllt werden. Hier drunter liegen die ganzen Stop-Losses. Deswegen wäre ich hier ein bisschen vorsichtig. Und deswegen bin ich auch weiterhin momentan noch ein bisschen vorsichtiger unterwegs. Einfach aufgrund dessen, ihr seht dieses krasse Kaufvolumen, beziehungsweise dieses krasse Volumen, was genau bei diesem WIG in den Markt ging, heißt für mich. Hier sind ein Haufen Kauforders reingegangen, beziehungsweise hier sind ein Haufen Leute long gegangen. So, und wo liegen die Stop-Losses? Immer ein bisschen hier drunter. Deswegen würde ich jetzt erstmal momentan noch ein bisschen abwarten. Ich würde sogar bis auf 1575 US-Dollar gehen, weil dieser Monats-S3 liegt. Wir würden damit alle Longs hier unten drüben liquidieren. Wir hätten den Schatten gefüllt. Also das heißt auch in dem Sinne ein Void ein bisschen vielleicht konsolidieren hier unten, um dann hier eine Rallye nach oben hin zu starten. Aber wie gesagt, alles erstmal ein bisschen abwarten. Bitcoin kippt den Ton an. Bitcoin Dominance mittlerweile bei 45%. Also wir sehen Bitcoin doch eher das Safe Haven Asset. So, schauen wir uns noch ein bisschen die Altcoins an. XRP vor allem bei 40 US-Dollar Cent. Auch hier Supportzone durchbrochen, seht ihr hier ganz gut. Kleine 4-Stunden-Demand-Zone, WIG nach unten. Schön aufgekauft worden, aber auch hier überhaupt kein Volumen im Markt. Deswegen weiterhin abwärts gerichtet. Wir sind weiterhin deutlich in einem Downtrend, kann man ganz gut erkennen. Wir bilden weiterhin tiefere Tiefs und tiefere Hochs. Also auch hier bei den Altcoins hat sich wirklich wenig getan. Schauen wir uns noch mal ganz kurz GST an. Auch hier absolute Seitwärtsphase. Also dieses ganze Steppen-Ding. Das ist jetzt auch sowas mit den ganzen Steppen. Wir haben jetzt momentan, wir haben ja letzte Woche kein Video gemacht. Müssen mal gucken, ob wir es vielleicht diese Woche machen. Aber momentan würde ich einfach so von Altcoins generell ein bisschen Abstand nehmen. Ein bisschen Spot reinkaufen. Schadet auf jeden Fall nicht. Wenn ihr Bock habt, dass ich mal ein Video mache dazu, was ich jetzt momentan so für Altcoins gekauft habe. Weil ich habe jetzt deutlich nachgekauft, aber ich habe immer noch genug Puffer beiseite, wo ich sage, okay, sollte es noch weiter runter crashen, dann werde ich auf jeden Fall noch mal einen Batzen reinsetzen. Beziehungsweise müssen wir dann sowieso gucken, Bärenmarkt und so. Dann immer wirklich vielleicht mit Sparplänen einkaufen. Wer noch nicht im Markt ist, ist vielleicht jetzt ganz gut, Sparpläne aufzusetzen. Ansonsten gibt es wirklich wenig zu sagen. Polkadot, auch hier das Inverse Head & Shoulders, nicht nach oben hin ausgebrochen. Wieder Fake-Out gewesen. Aber auch hier gibt es wenig zu sagen. Die Altcoins richten sich nach BTC. Ihr seht es an den Märkten. Relativ gleiches Bild. Überall weiterhin Seitwärtsphase. Also Support nach unten hindurchbrochen. Kein gutes Zeichen. Auch hier könnte ich mir noch mal vorstellen, dass wir Polkadot auch noch mal unter 7 US-Dollar sehen. Aber das ist dann auch für mich sowas. Zum Beispiel Polkadot auch nachgekauft, wo ich mir dann gut vorstellen kann, hier unten noch weitere Positionen bzw. Spot-Käufe nachzulegen. So, soviel zu den Charts. Schauen wir uns noch ganz kurz die News an. BMF schreiben, Staking und Klage regelt. Im Interview mit Steuerexperten. David hat ein Interview gemacht. Wenn euch das Thema Steuern interessiert, ich weiß, theoretisch interessiert es keinen, aber trotzdem gut zu wissen wegen Staking, Landing etc. Schaut euch den Artikel gerne an. Ich habe ihn auch schon in der Telegram-Gruppe gepostet. Ansonsten einfach bei CryptoGuru vorbeischauen. Ich würde sagen, damit beenden wir das Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen, angenehmen Tag. Liked das Video, abonniert den Kanal und schreibt auf jeden Fall einen Kommentar unten drunter. Morgen weiß ich noch nicht, ob es ein neues Update-Video gibt, weil ich morgen den größten Teil im Flieger bin, fast den ganzen Tag. Aber ich versuche immer mal Updates rauszugeben. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder und wie immer, stay crypto. Ciao, ciao.